Nachdenkseiten Die kritische Website Bitte packen Sie jetzt das Grundgesetz weg. Ein Kommentar von Tobias Riegel Die Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag des Grundgesetzes sind ein neuer Höhepunkt der Heuchelei. Das ist erwartungsgemäß, aber darum trotzdem nicht akzeptabel. Einmal mehr beklagen Journalisten und Politiker selber ausgehobene Gräben, als seien diese vom Himmel gefallen. Unter anderem Corona-Politik und Militarismus zeigen, dass die gut gemeinte und treffend formulierte Brandmauer-Grundgesetz leider nicht immer standhält, wenn es wirklich darauf ankommt. In diesem Text geht es nicht um juristische Details des Staatsrechts, sondern um den aktuellen Umgang mit dem Grundgesetz als Symbol in einer öffentlichen Debatte, bei der doppelte Standards angewendet werden. Nach den Erfahrungen mit der Corona-Politik und der aktuellen militaristischen Zeitenwende sehe ich unter anderem vor allem zwei Anliegen des Grundgesetzes schwer unter Druck. Zum einen die auch in polarisierten Zeiten eigentlich garantierte Meinungsfreiheit und zum anderen das Friedensgebot. Berührt war vor allem während Corona auch die Würde des Menschen, etwa durch die zum einsamen Sterben gezwungenen Alten. Doch auch schon lange vorher war der Artikel etwa im Rahmen der Hartz-IV-Sanktionen und auf weiteren Feldern relevant. Es gibt zahlreiche Aspekte rund um das Grundgesetz, die in diesem Text nicht zur Sprache kommen können, da es den Rahmen sprengen würde. Mehr zu den Themen Meinungsfreiheit, Frieden und Corona folgt weiter unten. Zunächst zu den aktuellen Feierlichkeiten, die die Regierung unter dem Titel »Gemeinsam wird's ein Fest« ankündigte und laut Medien von 1000 Polizisten bewacht werden mussten. Wie wir wissen, Kritik ist jetzt Verachtung. Bundespräsident Steinmeier setzte bei dem Staatsakt einmal mehr indirekt die Demokratie mit den aktuell bestimmenden Politikern gleich. Kritik an schlechter Politik kann dann schnell in den Ruf der Verachtung oder Verundlimpfung geraten, wie Medien berichten. Die Demokratie in Deutschland sei unter Druck geraten, so Steinmeier und weiter. Gerade jetzt erstarken auch bei uns Kräfte, die sie schwächen und aushöhlen wollen, die ihre Institutionen verachten und ihre Repräsentanten beschimpfen und verundlimpfen. Wir alle tragen Verantwortung für eine politische Kultur, die demokratieverträglich ist. Zitat Ende Selbst die Bühne des Grundgesetzes, das doch auch im Geiste einer Reaktion des deutschen Angriffs auf die Sowjetunion entstanden ist, wird von Steinmeier für die Durchhalteparole des neuen deutschen Militarismus genutzt. Ein Skandal. Es käme nun nach einem epochalen Bruch raue und härtere Jahre auf die Menschen in Deutschland zu. Wir müssen uns jetzt behaupten, mit Realismus und Ehrgeiz. Steinmeier forderte in diesem Zusammenhang, dass Deutschland mehr in seine Verteidigung und Bündnisse investieren müsse. Dafür brauche es finanzielle Mittel und eine starke Gesellschaft, die bereit sei, Bedrohungen der Freiheit entgegenzutreten und Zusammenhalt beweise. Das Land sollte deshalb Debatten über Form des Wehrdienstes nicht scheuen. Sogar am Tag des Jubiläums Friedensgebot des Grundgesetzes wird vernebelt Dieses Verhalten des Bundespräsidenten ist deshalb besonders dreist, weil damit das Friedensgebot des Grundgesetzes sogar am Tag des Jubiläums vernebelt werden soll. In meinen Augen ein weiterer Akt der Geschichtsumdeutung. Unter anderem die internationalen Ärzte zur Verhinderung des Atomkriegs, IPPNW, fordern anlässlich des 75. Jahrestags des Grundgesetzes eine Rückbesinnung auf eben dieses Friedensgebot, das mit der Präambul und dem Artikel 1 Absatz 2 und weiteren Regelungen fest verankert ist. Die Politik der Zeitenwende und der Ruf nach Kriegstüchtigkeit stünden zu diesen Artikeln in ikdatantem Widerspruch. Die IPPNW fahren fort. Zitat Ende Das alles verstößt massiv gegen den Geist des Grundgesetzes und die Intention seiner Mütter und Väter. In Zeiten, in denen sich Verantwortliche immer wieder mit höheren Gewalten herausreden wollen, muss auch immer wieder betont werden, die Bürger hierzulande sind nicht zuerst vom Ukraine-Krieg selber betroffen, sondern von den falschen und gefährlichen Reaktionen der Bundesregierung auf diesen Krieg, der zudem hätte verhindert werden können. Ebenso wurde die Gesellschaft nicht zuerst Opfer des realen Virus, sondern in viel stärkerem Maße wurde sie Opfer einer unangemessenen Politik als Reaktion darauf. Das Grundrecht der Meinungsfreiheit und das Recht auf freie Meinungsbildung werden von staatlicher Seite durch direkte Verbote von Medien etwa aus Russland und durch neue Mediengesetze wie Digital Services Act, dem Digital Markets Act und dem Medienfreiheitsgesetz verletzt. Dazu kommt eine mindestens indirekte Zensur durch private Internetplattformen, die die Alternativmedien etc., die als Reaktion auf das Versagen vieler großer Medien entstehen, behindert. Dazu kommt eine fast kollektive Begrenzung des Debattenraums und eine Praxis des intensiven Framings aller wichtigen Themen im Sinne der Regierung durch viele große Medien, privat und öffentlich-rechtlich. Außerdem wirken Maßnahmen wie das neue Disziplinarrecht für Beamte, die Nutzung von extra unscharfen Fantasiebegriffen wie demokratiefeindliche und oder sicherheitsgefährdende Delegitimierung des Staates und ein teils diffamierender und maßregelnder Ton von offizieller und journalistischer Seite dergestalt, dass sich so wenige Bürger wie seit den 1950er Jahren trauen, offen ihre Meinung zu sagen. Eine solche Entwicklung zuzulassen oder gar zu befeuern, verstößt meiner Meinung nach gegen diverse Aspekte des Grundgesetzes. Keine gesamtdeutsche Verfassung Es gibt keine gesamtdeutsche Verfassung, das ist ein fortgesetzter Akt der Ignoranz. Darum ist es auch kein Wunder, dass viele Ostdeutsche mit dem im Westen zelebrierten Verfassungspatriotismus eher weniger anfangen können. Artikel 146 des Grundgesetzes sagt Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die vom deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Zitat Ende Wie gesagt, es gibt zahlreiche weitere Aspekte rund um das Grundgesetz, die in diesem Text nicht zur Sprache kommen können. Kanzler Olaf Scholz äußert sich in einem verlinkten Video zum Jahrestag. Einen guten aktuellen Vorstoß finde ich eine Initiative von Digital Courage, die den Bundestag auffordert, das Recht auf ein Leben ohne Digitalzwang ins Grundgesetz aufzunehmen. Das Zitat aus der Überschrift stammt aus einem verlinkten Video während der Corona-Zeit, in dem eine junge Frau mit Polizisten debattiert. Darüber hatte auch Manova berichtet. Wer starke Nerven hat, kann sich auch diese aktuelle Aktion der Grünen anschauen. Politiker lesen aus dem Grundgesetz vor. Irgendwie passt es zu den Grünen, das Gesetz eben nicht mit Leben zu füllen, sondern wie ein Märchen zu behandeln, das man zum Jahrestag den Kindern, Bürgern vorliest, um es dann wieder in den Schrank zu stellen. Einige Ex-Nutzer fragten ironisch überrascht, ob das öffentliche Lesen des Grundgesetzes denn überhaupt wieder erlaubt sei. Schließlich erinnern sie sich noch gut an schaurige Szenen wie diese. Zitat Man kann es drehen und wenden, wie man will. Deutlicher als in der Corona-Zeit hat sich noch kein deutscher Staat und seine angeblichen Verfassungsschützer so dermaßen delegitimiert. Und das konnte jeder sehen, der hingeschaut hat. Ex-Zitat Ende. Evidenz. Ed. Elefant im Raum 2. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören. Und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.